Das hat wohl nicht so geklappt. Ich mein, überhaupt nicht! Halli Hallöchen und herzlich willkommen bei TTT Mitarbeiter bei Louis, der Ladukarte, Items, der Juli, der Kumpuze, der Kunde... Der Juli! Julio! Bleibt einfach Juli! Der Juli! Der Juli, Alter! Die Pay! Die Pay! Die Juli! Heute endlich mal richtig angesagt, alles hier, ne? Wer macht denn das? Wer macht denn das? Ich würde fast sagen, ich aber... Ich war das nie! Items, Schmidems! Es war der Edems! Ich bin nämlich fein! Mein Kind! Werden Pizza bestellt! Pizza, Pizza, Pizza! Die Blue! Das ist meine Pizza! Oh, ey! Oh, ey! Guck mal! Ich fahre mit Pizza! Pass auf! Siehst du, siehst, die Pizza ist nicht belegt, ja? Kurz wegkommen! Okay! Oh, nein! Du hast gleich wieder Lust gemacht! Tada! Nice! Die wir nicht essen! Ja, jetzt geht! Angelegneter kaputtes Angelegneter! Die ist für mich die Pizza! Ich hab die Frau mit mir Axt auf einen zugekrammelt! Das ist, das ist, das hat wohl nicht so geklappt! Ich mein, überhaupt nicht! Alter! Kennst du nicht Juno Gassai? Wer ist das? Wer ist das? Maru hat ziemlich eilig! Maru hat klappt! Maru hat klappt! Maru hat klappt! Maru hat noch geflogen ist mein Name! Maru war schießt auf mich! Nein, habe ich! Ich hab nur... Juli! Warte mal kaputze hast du gar... Aua! Juli, was? Juli ist Vendetta, aber warum hat sie... Pain? Wie kommt man hier raus? Okay. Juli war wahrscheinlich Traitor und hat... Pain, also war, ist Vendetta und... Gibt's sowieso. Das ist mich, ich bin fein! Juli, ja, Vendetta! Vorsichtig, Vorsichtig! Ja, belebe mich schon wieder! Ja, belebe mich schon wieder! Oh, ich hab meine... Belebe! Belebe! Das ist ein J? Ach, das soll J sein! Juni! Ich bin Juli, die seit einer Stunde tot war! Ach so! Okay, okay! War nicht confirmed zu dem Zeitpunkt! Ach so, ja, das wusste ich nicht! Ich dachte, da, du schreibst jetzt Japanisch oder so! Ja, fängt auch mit J an! Also hast du ja gelesen! Hättest du nicht noch ein Buhig dran machen können oder was? Ich war da, wenn der... Ja, das hätte vielleicht Kunden dran gelegen! Warum nicht Juli? Ey, du warst grad da? Vor mir? Ja, ich war... Ich war ernsthaft am Überlegen. Es gibt so eine maximale Höhe... Ich hab da nicht viel Zeit, weißt du? Doch, du hast alle Zeit der Welt! Ich hab dir nichts Besten genommen! Ich hab das gesehen! Was denn? Es ist mir egal! Es ist mir egal, Juli! Ist dir nicht egal! Nils, du Säufer! Ich hab vergessen, dass das so funktioniert! Ja, dann lass sie doch! Nils nur am Säufen! Gib mir was, Nils! Gib mir was, Nils! Gib mir was, Nils! Gib mir auch was! Nils! Gib mir auch was! Nils! Gib mir auch was! Okay, Nils! Und jetzt springst du an Santa rum und ich fang nicht! Nils! Gib mir auch was! Achtung Schaf! Böses Schaf! Los! Ich hab gut raus! Nils! Lautes Schaf geduscht! Maxi, lass ihn ruhen! Ganz einfach! maru ist tot der date ist tot leute kaputt ist tot der innen ist tot leute jetzt ist tot der trainer ist tot von jedem einer ist weg die von jedem jetzt hier ein team fehlt noch von uns noch keiner weg hallo maxi ist gut wie muss ich dir helfen ich kann mich nicht immer die leise machen jetzt haltet die doch auf warum ich lege die ersten in den schatten hier liegt jemand am bluten der pain ist tot der pain ist natürlich böse da kann man nur eins sagen pizza essen noch noch einmal drei aufladen nicht drei sind besser als zwei sind nicht schlecht da du ist es du kannst auch sein er hat zumindest kaputze erschossen also könnte durchaus nicht hier unten liegt er wird voll abgemurkst mit messer das ist eine falle ich bin hier hinten bei der feuerwache ich bin hier bei der feuerwache du musst zu mir kommen du wolltest zu mir blauli bin mir da sicher ja die stimme auch schon aus wo ist blauli hin und wieder hallo dann neue tricks ja auch echt ob kann denn ich noch mal schließen wenn uns wieder keine frage bist du denn die schiebt auf mich ich bin links von dir hinter dir also im endeffekt ich liebe den zwift bringe ich nochmals oh ja das ist bestimmt praktisch ich habe ich sehe ein radar bin radar kaufkaufen grappling hook du bist ein trader ich glaube die ganze einfach nur rinde im kreis da ich sehe dich für ein mann distanz okay man ja auch hier aber du bist schon wieder ding ja wenn das ist die leider nicht schlecht wie schlecht die last mensch denn ist ein ja der einzige nicht beschützt hat auch noch Hey, Moment, ich hab noch nie, ich hab Nils nur mit seinem Schaf gejagt. Und Nils hat's abgewehrt. Er hat ja einen Flopper gehabt. Nils ist echt, äh, puh. Das Leide war Kapurz und ich stehen in so nem Haus und auf einmal säuft. Nils schon steht ein Meter neben uns und macht die Dose auf. Ja, und der hat ja Durscht. Ich hab in dem Moment nicht mitgedacht, weil ich halt nur dachte, okay, PhD wär ja eigentlich ganz geil mit Hunter. Ja, Nils, ja, ja. Der hat sich ja dann auch als Fehler, der hat sich dann auch gemerkt. Aber dann hab ich gedacht, ja, das hat ja eine Animation, die man sofort sieht. Das ist, 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 Moment. Wie viel Schaden hast du genommen? Oh. Machst du die Glocken 12 Schaden? Anscheinend. An Nils. Probierst du mal Kapuze aus. Wie war's Shoppenpain? Nein, nicht Shoppenpain. Ja, du. Nützlich. Ne, was hat das? Das ist gestolpert. Ich hab nur Hei gesagt. Ich untersuche was. Ich hab was. Dalu, wen hältst du denn von den anderen eigentlich für cool? Für richtig cool? Ich? Nein, außer du. Balu ist richtig cool. Balu ist richtig cool. Balu ist richtig cool. Ja, ist da noch jemand anderen? Ich hab mich einfach gefragt. Hallo! Okay. Das ist die Wohnbesichtigung. Maxi, töte dich! Maru ist richtig cool. Maru ist richtig cool. Maru ist richtig cool. Maru ist richtig cool. Confirmen. Confirmen bitte. Das ist der Nils. Den hab ich getötet. Maru ist versteckt. Maxi? Maxi war mein Kollege. Maru möchte keinen Schneeball. Dein Kollege. Maru! Entschuldigung, wie beschießt du? Okay. Maru, ich muss evaluieren, ob du cool bist. Er meinte, Maxi ist sein Kollege. Und Maxi war super villain. Dann würde ich gerne sitzen. Wo bist du denn denn hin? Obern, etwa Louis. Ja. Juli, wo ist denn hin? Er ist weggerannt. Was? Lass ihn jagen. Da ist der andere Schweizer. Er hat nicht getroffen. Er hat nicht getroffen. Er hat nicht getroffen. Er hat nicht getroffen. Ich mein mich schon. Ich will was cooleres. Ja, aber ich hab doch nix cooleres. Jetzt töte mal Pain hier. Warum nicht you? Du hast gesagt, es ist ein Kollege. Warte, warte. Juli, ja. Ist das dein? Pain. Die Leute sterben alle. Hier gibt's keinen Spaß. Das hier? Das war wirklich ein Spaß. Vielen Dank. Und jetzt mach weiter. Dein Ding. Den Spaß haben wir alle nicht verstanden. War Louis? Hallo. Hallo. Ich hab's da eine Waffe gegeben. Diese Nerven. Ach schon, ja. Wer noch? Das hat mir noch gefehlt. Man kann gleich nach oben drauf. Ach so, nee. Du bist hochgelaufen. Ich dachte, das ist so items gewesen. Lass euch eins gesagt sein. Niemals die Justiz verarschen. Sonst passiert das. Juli redet da aus Erfahrung. Ich hab aber nichts. Entschuldigung. Ich kann dir das geben. Das ist der böse Golden Eagle. Ja. Ja. Geht's befürchten. Hallo. Hallo. Das ist kleiner. Das ist keine. Das ist keine. Das ist ne V2. Das wurde dahin zum gespielt. Das ist wirklich ne V2. Hast du das gerade aufgeschafft? Ich kann den dafür droppen, um die aufzuheben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich mach den Hilfs-Sheriff jetzt. Ich hab den A-Scanner dabei. Anpasst du. Oh, hier liegt ne goldene Diegel. Du bist der letzte. Sieht nicht gut aus für dich. Ja. Ich geh mal lieber. Oh, warte. Kann ich die behalten? Ja, warte. Nimm das hier mit. Und das aber liegt. Dankeschön. Die kommen jetzt gleich. Okay. Hier, da vorne den da erstmal schon. Hast du geschossen gerade? War das zum Schluss? Trotzdem langsam. Ja, ich glaube er hat gerade Kapuze getötet. Ich weiß nicht. Nimm das. Das ist Ekelhaft hier. Was ist das? Das ist meine jetzt. Naja, das stimmt. Ja, stimmt. Warte mal her. Sind die hier hinten am Tunneleingang? Nein, ist er nicht. Oh, ich hab ja noch das da. Fällt mir gar nicht. Hey, ein wildes Alums. Oh, die macht nicht fällig. Alums. Alter! Das war alles Taktik. Ja. Das war alles Taktik. Und damit konnte er nicht ins Zielen. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist gut. Oh, Batsch. Das liegt nur ein Tod. Ist das schön totgemäße da? Oh, Gott. Dass einem noch Chancen kriegt und mich dann noch killt. Das ist so lustig. Ulkig. Das musst du mal verbannen, Payne, dieses Wort. Du musst mir alles abdrücken. Heuern. So hoch hier. Heurika. Woher wusstest du's überhaupt da, Lu? Weil ich nicht verraten hatte. Ich hatte Items... Items hat mich gefragt, wenn er erschießen soll. Hab ich bei Louis gesagt, dann hat er gesagt, wen anderes. Das war natürlich ein bisschen doof. Sale of a safe place. Kein Fallschaden. Geil. Stimmt. Kein Fallpower. Gönnt euch. Ich will den Hubs drauf fliegen. Das geht. Geht gar nicht. Na klar. Geht zum Hebel hin. Und dann? Du musst nur warten, bis ein Trailer den Knopf drückt. Hallo. Du hast jetzt explodiert. Und dann? Dann bist du tot. Kann man mit den Einstellungen gescheit wie unten sehen? Wenn du Explosions-E-Boom bist, vielleicht... Der Explosionsschaden ist ja nicht an. Genau. Und kein Fallschaden. Sag mal an. Ja, warte. Generell nimmt man keinen Schaden. Wo ist der Heli? Äh... Das müsste der Heli sein, oder? Drück mal. Weiß ich nicht. Bin jetzt nicht reingegangen. Ist der Heli? Da ist gerade ein ambulanter Wagen. Ich hab verfehlt. Nein. Es ist so gut wie alles explodiert. Ach Juli. Wie konnte ich das überleben? Like a Pro. Was genau ist jetzt gerade passiert? Juli. Also was passiert ist. Maru hat den Knopf gedrückt für den Helikopter. Die ist dann reingegangen und wollte mich anzünden. Hat aber daneben geschossen. Hab ich ganz viel daneben geschossen und sie auch. Ich hab noch ne Rauch geworfen und nicht vergessen. Ich... Ich drück auf alle Knöpfe hier, okay? Dann haben wir uns nicht mehr gesehen. Wo? Das ist eine Rakete. Das geht? Ja. Da ist der Heli mit dem Baloui fliegen wollte. Oh oh. Keiner kommt nicht rum. Da fliegt ne Rakete. Jetzt kommt noch das Polizei raus. Jetzt kommt alles runter. Was für eine Show, Alter. Das ist super egal. Die Zombies kommen nicht raus. Was ist das denn? Hä, da kommen Zombies raus. Ja, die kommen nicht. Die funktionieren nicht. Ja, lest doch mal genau was da steht. Drück den Knopf und run. Was passiert jetzt? Zombies will be released. Gib mir die oder schli ab. Ja, ich geb sie dir. Sobald ich weiß, was das war. Heulen lassen. Nicht gedrehen. Hier, hier, hier. Dalu hat Juli umgebracht. Juli ist aber nicht dumm. Das ist keine Leiche. Oh stimmt. Ich kann die auch kontrollieren, wenn du willst. Hier, da guck. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist die Leiche weg. Jetzt hab ich nen Tissue Case. Cool. Ey, das ist unerlaubt. Gewehr. Nein, das ist mein. Gewehr. 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 Okay. Kapuze bist du der letzte, der noch lebt? Wer ist denn der letzte, der noch lebt? Oh. Redet du nicht mal mit mir? Du bist einfach auf alles und jeden, den ich dir erblicke. Weil ich bin fein. Wenn keiner mit mir redet, dann fühle ich mich wie zu Hause. Wie zu weiter. Alter, wo bist du? Äh, ich hab den Tunnel im Blick. Ah. Ja. Doch. Aber ich bin halt wie das Nitchi Bitchi Boy und sitz ganz weit entfernt davon. So, dass ich zwar den Blick hab, aber... Oh, da war ein Kopf, den hab ich gesehen. Wie ich? Der war ganz hohl. Mhm. Ah. Da war ein kleines Kopf wie Bobfi. Hallo. Oh, das ist, du hast ziemlich wenig HP. Diegelpoa. Das ist wahr, ja. Und hopp. Ei. Hallo. Ja. Ja, jetzt wird der Sniper einspust werden. Was ne Runde. Hat er sich verdient. Wollte ich mit der Reaper. Aber, Pay, wie geht denn die Zombies dann? Hä? Du hast gesagt, die Zombies geht nicht. Du liest doch mal, was da steht. Ach, was weiß ich. Bestimmt hat er es so gesagt, ja. Gute Hilfe, Mann. Gute Hilfe. Was Hilfe? Payne sollte Tutorials machen. Payne sollte Tutorials machen. Wie geht das? Keine Ahnung. Maru hat doch eh schon gesagt, dass er Trader ist. Ja, bevor Payne das gesagt hat. Nein. Payne sollte mir sagen, wie die Dinger funktionieren. Kein Spaß erlaubt hier. Kein Spaß erlaubt. Du sollst mir sagen, wie die Zombies funktionieren. Ich wollte die Zombies loslassen. Ich hab mich gar nicht umgebracht. Hätte ich nämlich auch, wäre auch einer, der auf die Zombies gestorben, weil Kapuze vor der Dinger stand und teleportiert hat. Bam, 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 bam. Nee, nee, nee. Kapuze gestorben? Nee. Der macht brr, 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 brr. Achso, ja. Ich war grad voll verwehrt von der Waffelpain und wollte eigentlich grad einen Header verpassen, dann hab ich den blauen Namen gesehen. Warte mal. Vielleicht springen ja Sidekick. Ja, das stimmt, ja. Das ist das. Du bist Sidekick? Stopp! Er will hin zum Sidekick. Er wird mir nicht mehr als Deter angezeigt im Scoreboard. Er hat mir auch nicht. Klimmt. Ich kann nur springen jetzt zu. Kannst du nicht. Du kannst vor allen Dingen schöner fallen. Was? Ich will noch nicht. Er hat jemand anderen Namen, vielleicht zum anderen Deter. Ich würde ihn benächtig entschätzen. Ach, Julie. Edi. Es wird auch nie funktionieren. Ja. Nee. Hey. Hey. Alter. Fuck, das war cool. Ja, das war cool. Was war das jetzt? Es ist gut oder nicht. Nein, ich hab Engel. Es war so leicht, nur die Gauss gesehen. Kapuze, gib ihm den Rest. Los, go. Nein. Mach's nicht. Mach's nicht. Nein. Ja? Card, du warst doch. Äh, nee. Nils. Ich hab, ich bin der. Nils. Nils, du bist wieder da. Ich würde das machen. Hey. Und an die Wand schreiben, was du weißt. Oh nein, er war auf dem Reddinger Tisch. Stopp. Alte Items wurde wiederbelebt. Nils, weißt du was? Oh, er weiß was. Es ist Baloui. Baloui. Es ist Kapuze. Ja, so rum fragen wir nicht. Kund, Kund ran. Da bist du ja bis Weihnachten noch nicht durch, Alter. Items. Es ist der Idems. Ähm. Ja, gib mir die Gauss wieder. Okay. Items. Ich hab dir das live wiedergegeben. Keine feine Katze. Was ist das? Wo war denn das? Keine Ahnung. Äh. Hä? Wollt ihr das? Es ist zu lang her. Ja, ich wüsste es auch nicht mehr. Bauer. Items. Ja, Items. Da waren wir hier mit dem auf einer Runde. Da waren wir hier mit dem auf einer Runde. Da waren wir hier mit dem auf einer Runde. Da waren wir hier mit dem auf einer Runde gesehen. Wollte wegrennen und hab dann beim Sprinten das Ding ausgelöst. Ähm. P, hast du eigentlich geglaubt, dass ich es war? Äh. Ja, ich dachte Maxi wollte zeigen, dass du es bist. Leute. Wenn euch das Windchen gefallen, lasst dir ein Like. Schreibt einfach mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao.